Hallihallo, wir versuchen's einfach jetzt nochmal bei The Prince of Perthia. Ich will nicht durch diese dämlichen Fallen, ey. Das ist doch voll unsozial eigentlich. Ja klar, dass du mich jetzt hier... Oh, 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 jetzt hab ich nicht aufgepasst. Scheiße. Jetzt hab ich absolut nicht aufgepasst. Bitter. Nein! Jetzt war ich viel zu schnell. Oh Mann, oh! Oh. Jetzt aber. Ja, Entschuldigung, dass da auch noch... Nein! Mann! Ey. Das ist ein Mist, sag ich euch, ey. So. Jetzt haben wir's. So, so viel all das schon einmal erlebt zu haben. Ja. Hab ich jetzt bitte irgendwo einen Brunnen, wo ich mich heilen kann? Das wäre echt sehr nett. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch lange überleben werde. Ja, na toll, ich hab mal wieder keinen. Ähm. Ich spring da einfach mal rüber. Oh ja, bitte speichern. Bitte, bitte, bitte. Ja. Oh Mann. Wer sieht denn da bitte schön durch? Also ich nicht. Ah ja. Wir speichern einfach mal rüber. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, bitte. Bin ich jetzt wenigstens geheilt? Ja, bitte, 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 bitte. Bitte. Nein. Die Alte kommt da wieder nie rüber. Na toll. Oh Mann, ey. Nein. Boah, jetzt hab ich aber Schreien gehabt. Und die Taste wollte ich gar nicht drücken. Ähm. Wo muss ich denn jetzt hin? Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder hin muss. Und lang soll. Ähm. Da lang oder da lang? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich hab da grad was gesehen. Ähm. Vielleicht muss ich wieder hier zurück. Ah Mann. Ähm. Und zwar muss ich erstmal... Ey. Ich will hier hoch. Lass mich mal hier hoch. Okay, das geht auch nicht, aber vielleicht kann ich jetzt hier lang. Oh, ich hab'n Wandlauf. Wollten Wandlauf machen, ey. Wie fail ist das denn? Oh, nochmal. Seltsam. Ich hab' das Gefühl, all das schon einmal älter. So, jetzt haben wir's aber. Naja, warte du mal da. Wie immer. Hey. Oh. Boah. Nein. Ich will doch nur diesen Baum da treffen. Warum? So, mach mal's eben so. Ist mir auch egal. Oh Mann. Nein, 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 nein. Bitte hier. Okay. Oh ja, klasse. Ey, hör mal auf, ich bin gleich tot, du scheiß Vogelfieh. Los, komm mich angreifen. Los, 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 los. Los, los, los. Oh, ja, klasse. Mach's halt nie. Ist mir auch egal. Oh Mann, die töten mich alle. Das ist unfair. Oh, sag mal. Toll, jetzt bin ich tot. Ja, jetzt kannst du mich auch fressen. Und ich hab immer noch kein volles Live. Das ist eigentlich echt viel. Oh Mann. Ich warte viel. Ja, genau, das... Ja, hm... Fail und so. Was? Mach ich denn? Verdammte Kacke. Ey, ich mach schon den Wall Run, no more. Aber... Das Gefühl, all das ist nicht einmal echt. Es will irgendwie nicht gehen. Oh. Oh. Hä? Leute, ey. Nimmt's mir nicht übel, aber... Es ist heute wahrscheinlich nie so wirklich mein Tag. Ich weiß auch nie, was hier das Problem ist bei der ganzen Sache. Hä? Ähm, ja. Also wenigstens kam ich vorhin noch rüber, no more. Das müssen wir auch mal so sehen. Jetzt. Hammer's, ja. Toll. Und wir können nur noch einmal zurückspulen. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir haben auch keine Heilung hier. Oh. Das Spiel verlangt eben echt was ab. Toll. Ja. Ich mach irgendwas verkehrt und falsch. Hab ich so das Gefühl. Können wir das noch mal ganz zurückspulen? Das wäre noch besser. Okay, Nummer eins ist erledigt. Nein! 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 Nein, nein, nein. Das war so nicht. Er kann sich nur noch um Stunden anhören, bis ich hier mal weiterkomme. Ja, klar. Aber warum willst du... Beim Checkpoint könnte man wenigstens mal das Leben off... ...heil... ...off... Ich war... Ja, du wartest wieder mal hier. Es war so klar. Olle Kuh. Ja, was wollte ich gerade sagen. So, beim Checkpoint könnte man wenigstens mal das Leben auffüllen. Das wäre ja nie allzu viel verlangt, oder? Aber... Aber nee. So, jetzt aber. Oh, die kriegen mich immer. Was soll der Mist? So, jetzt aber. Abfahrt hier, ey. Jetzt habe ich dich aber... Jetzt... Nein, 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 nein! Habe ich dich? Wow! Okay. Okay. So. Und was nu? Weißen kommen schon wieder mehr Vögel. Muss ich da hoch, oder? Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Das wäre so meine Frage jetzt erst mal. Wo ich hier überhaupt... Nee, das kann ich vergessen. Okay, ähm... Aha, okay. Hier kann ich... Ähm... Ich glaube, ich spring da erst mal hin. Ja, sehr schön. Nee! Ach, Mann, ey, wisst ihr das? Ich spring jetzt einfach mal bitte ab. Danke. Oh! Schwere Boot hier, ey. Viel zu schwer für mich. Äh, muss ich jetzt wieder von Baum zu Baum springen, oder? Wahrscheinlich. Oder muss ich jetzt ganz hoch? Nee, nee, ganz hoch muss ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Boah, halt dich bloß fest, Junge. Wasser! Oh, verpiss dich jetzt mal, ey. Ja, ja, jetzt kannst du mich so viel, wie du willst angreifen. Aber das ist mir total egal, weil jetzt habe ich Wasser hier. Oh, das sind ja jetzt diesmal drei. Oh, wow, wow, wow. Äh, aber hier habe ich jetzt das Wasser. Los, komm, du hoch noch. Waa, wie viel Woll... Äh, hier ist ein Nest? Hier ist echt ein Nest. Los, komm, 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 komm. Komm, komm. Oh, da fliegen doch immer noch welche. Ja, das dachte ich mir jetzt, ey. Töte mich nicht. Abfahrt jetzt hier. So. Ja, danke. Ich habe mich gerade geheilt, ey. Ey, verpiss dich jetzt ehrlich. War es das dann? War es das dann? Hoffentlich der Letzte, ja? Ja, na endlich, ey. So. Das hätten wir jetzt erstmal, glaube ich. Oh, ich höre die Viecher schon wieder. Ich höre die schon wieder. Kann es doch nicht sein, ey. Und Cover-Rumba oder so. Jetzt drehen wir das wieder ein bisschen. Dreh dich, Mädel, dreh dich, ey, hoppsa, sasa. Das hat gerade Gonny geleckt. Habt euch bloß eingebildet alle. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt da hin muss. Boah, Schwein gehabt. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin, ey. Leute, ehrlich. Okay, hier kann ich rüber. Ne, das wird so nichts. Wie viel Zeit haben wir da noch? Ja, ein bisschen haben wir noch. Oh, die Kamera ist jetzt echt Bombe wieder. Ey, ich springe jetzt hier einfach, ist mir egal. Okay, es war falsch. Es war vollkommen falsch. Scheiße. Aber was soll ich sonst noch machen hier? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin schon wieder hier. Okay, irgendwie war das falsch, dass ich hier lang gesprungen bin. Och man, kacke, ey. Die haben mich aber jetzt auch verarscht damit. Gehen wir halt wieder zurück. Na. Was? 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 Ey, die brauchen mich jetzt gar nicht zu verarschen. Die, der hält sich nicht fest. Der hält sich einfach nicht da dran fest. Aber was soll ich denn machen? Ich muss vielleicht doch wieder da runter. Naja. Ich mache im nächsten Part weiter. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.